Seid mir gegrüßt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Video dieser C-Modellwoche, der Technikwelle 2018, erstes Halbjahr. Und wir sind beim 42077 gelandet, diesem Rallycar, was wir bekommen haben in seltsamen Farben, wo auch das B-Modell irgendwie jetzt nicht so sehr gerissen hat. Aber wir haben ein C-Modell bekommen und hier habe ich diverse Gedanken zu. Vor allem ist nicht alles optimal gelöst, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und er fährt. Also wir haben hier den Mock 3960 von Climax und dieser hat 877 Teile von den ursprünglichen 1005, ca. 87%. Also die Anleitung kostet 5 Euro, da komme ich auch direkt gleich zu. Hier drin verbaut sind zwei L- und ein Servomotor, ein Infrarotempfänger und eine klassische Batteriebox. Ich zeige ihn euch einmal kurz vom Nahen. Der Bau ist recht unspektakulär, vor allem zu Beginn. Da baut man erstmal dieses ganze Mittelteil, was auch super stabil am Anfang ist. Also ich dachte schon, was baut man hier für einen Klotz. Vorne und hinten bei den Aufhängungen wird es dann ein bisschen instabiler, aber okay. Also in Ordnung, es fällt auch absolut nichts auseinander. Hier ist alles schön gesichert. Er federt vorne. Vorne ist es ein bisschen, glaube ich, zu schwer für die Federn. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hinten baut es da auch schön hoher und runter. Hier drin, seht ihr ja schon, haben wir die Batteriebox und hier hinten Infrarotempfänger. Hier hinten ist ein Sechszylinder. Die werden aber nicht mit angetrieben. Und wir gucken uns einmal, weil das ist der Special Part, die Hinterachse an. Und da seht ihr, da sind zwei separate Aufhängungen für jedes Rad mit jeweils einem L-Motor. Und da kommen natürlich ein bisschen die Krux. Bei Kurven haben wir hier kein Differenzial, was das ausgleicht. Das heißt, wir haben hier verstärkten Widerstand, wenn ein Rad sich nicht so oft drehen muss, wie das andere in der Kurve. Das zweite Thema ist, ihr seht schon, vielleicht, wenn meine Hand davor ist, da guckt eine... Na, wie könnt ihr das sehen? Fast gar nicht. Aber genau unter meinem Finger guckt eine schwarze Stange raus, so ein Stück. Die rutscht bei Bedarf auch gerne noch was weiter raus. Und dann blockiert hin und wieder mal hinten ein Rad. Das ist so der negativste Effekt, der mir hier aufgefallen ist. Der Rest funktioniert, wie gesagt, wunderbar. Bau ist gar kein Thema. Außer, wie schon erwähnt, bei der Anleitung, da haben wir wieder so eine Anleitung, bei der alles, was gerade aktuell gebaut wird, in rosa angezeigt wird, was ich einfach nicht verstehe, weil man immer mal wieder gucken muss, in welcher Farbe dieses Teil denn jetzt da hinkommt, wenn wir zum Beispiel zwei Teile in unterschiedlichen Farben verbauen im gleichen Schritt. Ansonsten gar kein Problem. Er kann ansonsten auch nicht viel, aber fahren. Und ich lasse ihn mal kurz von vorne nach hinten fahren. Von hinten nach vorne, einmal so rum, einmal zurück. Er lenkt. Das Drehen hier versuche ich jetzt nicht weiter. Dafür ist der Tisch einfach zu klein. Aber das klappt. Es hat Spaß gemacht. Ich wollte ein Buggy bauen und ich habe auch nicht so viele sinnvolle Modelle oder Mocks gefunden, die mir richtig gut gefallen haben. Von dem hier liegt aber auch vor allem echt daran, dass das Originalmodell kunterbunt war. Da waren ja alle Farben der Welt drin verbaut. Und man sieht es ja auch hier, auch wenn man mal drunter guckt. Und der Designer hatte auch kaum Möglichkeit, hier irgendwie farblich das Ganze neutral zu gestalten, sondern musste schon auf die Teile so zurückgreifen, wie sie da waren. Sehr, sehr schade. Da sieht man wieder, wenn das Modell einfach unnötig bunt von innen ist, dann klappt das leider auch bei C-Modellen bzw. bei Mocks nicht richtig. Da hatten wir schon Besseres hier. Mal kurz gezeigt. Und ansonsten, wenn mir jetzt nichts mehr einfällt, war es das schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Kommentar oder auch ein Abo. Und wir sehen uns demnächst zum letzten Modell aus der C-Modellwoche. Macht's gut.